Hallo und herzlich willkommen zu einer, zu unserer, scheiße, oh, nicht noch mal, nein, das machte unsere Kanäle aus, zu unserer Jubiläumsfolge auf YouTube, sind jetzt schon ein Jahr alt auf YouTube, oh, das ist alt, ja, oh, die Musik dazu passt, ist gerade perfekt, ey. Ja, was haben wir uns dabei gedacht, was wollen wir heute machen, wir zeigen euch heute unsere Insel, wie ist es zur Zeit im Prinzip eine Nova Nova Skyblock Vorstellung von unserer Insel, halt, und dann wollen wir halt noch so erzählen, wie wir uns die Zukunft vorstellen, was wir in Zukunft noch geplant haben hier, und dann schließt der Server, nein, ja, also wenn es euch gefällt, dann lasst Abo, Like da, was man noch am Anfang sagen muss, Nova Nova ist bis jetzt das Hauptprojekt auf unserem weiten Kanäle. Richtig, wir können euch ja mal die Playlist anschauen von uns. Also die Folgen, die jetzt wahrscheinlich, ich würde nicht sagen nur, aber am meisten kommen, ja, im Prinzip ja jetzt eigentlich nur. Ja. Ich würde sagen, es ist das Wohnen, das ist die Fabrik, dann ist hier Trommelshaus, dann ist hier der Region Rauer, dann ist das weiter. Ja, das war's jetzt für diese Folge. Ich hab's fast vergessen. Gut, danke der Rasenman, Rasenman, für wem auch, alles klar. Teufelder, unsere YouTube-Kanäle sind ein Jahr angehoben, dafür. Also der Rasenman, grüße gehen an dich raus, und an Teufelder auch, und an keinem anderen, wie es aussieht. Alles klar, äh, ja, dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, das hier ist unser Spawnbereich zurzeit. Hier kommt ihr, wenn ihr jetzt, äh, slash ihr es warbt, um 0407-0 macht, kommt ihr hier hin. Ich könnte eigentlich auch mal Instagram machen. Kannst du? Mach ich jetzt nicht. Ja. Alles Gute zur Hochzeit, alles klar, digga. Na ja, grüße gehen an dich raus. Ich hab natürlich Tom geheiratet, das wissen doch jetzt alle. Gibt sich Spaß. So. Wenn natürlich dann unser Bahnhof irgendwann mal fertig ist, dann wird da hinten unser Spawnbereich sein. Ehrlich? Was sagst du mir jetzt erst? Ja, das wird jetzt zurzeit unsere Inselmeta, also ist, nee, das wird nicht, das ist unsere Inselmeta, also in daher ist das zuzeitersporn. Zentrum. Ja, hier oben geht's dann halt hinter zum Bahnhof, die das Gleis, was noch nicht fertig ist. Hier ist im Prinzip noch gar nichts fertig, was mit der Infrastruktur zu tun hat. Naja, das Gleis ist halt zum Bahnhof hinter. Nee, das kommt davon. Wie ihr auch vielleicht in der letzten Folge wisst, ich bin natürlich sehr schlau. Vielleicht wisst, so rum. Dann wird da ja Karte modernisiert. Richtig. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Richtig. Dann, das ist mein Haus. Ich weiß gar nicht mal. Irgendwie müsstest du die nur machen. Du kennst dich hier nicht aus, ich weiß. Dann zeig ich's dir halt. Das ist mein Haus. Da bin ich... Also von außen ist es fertig soweit. Das Grundstück vielleicht noch ein bisschen verschönern, aber von innen muss ich auch noch... Ey, irgendwo herguckt mit der Baum hier bekannt vor, ist irgendeine Folge von dir. Ich weiß es von euch, aber... Hm, was, ich hab da auch sowas in Erinnerung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr aufmerksame Zuschauer seid. Wo ist bitte jetzt mein TNT-Block hin, wo ich drauf gesessen hab? Ja, schreibt in die Kommentare, welche Folge das war. Ja. Ja, das ist die Küche. Hier fehlt schon der Hälfte vom Kühlschrank. Das ist toll. Ich weiß nicht. Ja. Ja, unten halt dann noch eine Chill-Lounge. Und da hinten noch... Äh... Gästezimmer. Geht's ja noch weiter. Da eh mehr lage YouTube-Raum. Das hier unten hat tatsächlich noch niemand in einer Folge gesehen. Das ist jetzt... Doch, 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 doch. Und zwar, wo ich den Bahnübergang gebaut hab. Habe ich dich doch gefragt, was das hier sein soll. Achso, das hat aber niemand von innen gesehen. Also, das ist... Ja, doch, das sind wir doch reingegangen. Hab ich so irgendwie komplett bescheuert? Ja, bin ich. Ja, das ist halt so eine... Keine Disco, irgendwie sowas in der Art. Hier unten geht's dann zu seinem Lager. Den steht immer noch so geil, ja. Das bisher immer noch nicht weitergebaut wird. Ja, stimmt. Ja. Hier hinten ist zur Zeit noch unser... Äh, unser Village. Oh Gott, ihr sah bestimmt schon wieder für ne Scheiß unser... Äh, Nether-Portal. Da unten haben wir ne kleine Schuhe in der Nähe gefahren. Ja, was hier auch jetzt noch ist. Hier kann man zur Technik von den Bahnübergang noch rein. Stimmt. Ja. Heiz... Äh, ja... Da ist er gestorben. Ja. Ja. Hier haben wir unsere Spendentafel. Da sind dann halt... Wenn ihr auf dem Server sind und ihr übergebt uns irgendwelche Spenden... Was nicht Übergebungen sind. Richtig. Äh... Also grünes Zeug. Ähm... Ja. Der war schlecht. Kommt ihr dann hier halt auf die... Spendentafel. Das ist das Haus von... Georgs99. Ey, du hast was vergessen, aber sowas von Übersehen, das man nicht übersehen kann. Was denn? Das da... Ist die Monster... Monster... Tatsächlich. Ja, also da oben... Hatten wir eigentlich, wenn ihr das 25k Special gesehen habt. Das... Hast du ernsthaft grad übersehen? Wie? Ja. Das hätte ich eigentlich wahrscheinlich noch erwähnt. Ich glaube in Meinung. So, dann hier drüben ist das Haus von Georgs99. Unsere Mitspieler. Da oben hat er noch Koppel. Ist das gewohlt? Weiß ich gar gar nicht. Ja, das ist auch fertig. Er hat hier auch so einen Turm drinnen und so ein Lager. Und natürlich direkt das Gleis vor seiner Tür. Warte hier. Wenn er zufällig grad was Leeres vorbeikommt, kann er hier einfach einspringen und mitfahren. Stimmt. Alles geplant. Alles geplant. So, hier drüben ist das Haus von Sachsenhost. Der jetzt auch nicht mehr wirklich... Wahrscheinlich... Weiß ich nicht, wie der jetzt weitergeht. Ähm... Hoffe ich, dass ich das eigentlich mal aufgeregt hab, wo ich hier das Hotel vom Lager gebaut hab. Ja, dann hier halt unsere Schafe, die sich nicht mehr zu Wolle machen, weil da hinten das Gras fehlt, weil die das ganze Zeit fressen. Ich musste das ganze Ding mal mit Gras zubauen. Ja. Außerdem kann ich da auch kein Gras wachsen. Warum? Weil da drüber ist das Ding. Stimmt. Könnte Sven, obwohl er doch müsste eigentlich drinnen. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das machen. Dann haben wir hier drinnen halt also unsere Mob-Farm mit vier Spawnern, glaube ich. Ne, drei. Wo auch ein Strimm ist. Drei Spawner. Echt, wo sieht man die eigentlich? Ja. Du hast die Spawner, die siehst du oben. Cool. Das ist unsere Fabrik. Genau, da lagern wir unsere ganzen Rohstoffe. Da ist unser Auto-Ofen drin, unsere zwei Co-Farm. Und das hier ist nicht übertrieben. Nein, das ist nicht übertrieben. Vor allem das, was das hier angeht, ist auch nicht übertrieben. Ne. Da haben wir hier dann eben noch eine Kakaobohn-Farm mit Zuckerrohr-Farm. Unseren Verzauberungstisch mit Ambros. Und dann Swimmingpool hier oben. Ist ja vielleicht gerade was Gutes dabei, was ich für meine Spitzer gebrauchen. Ja, haben wir dann halt noch so einen kleinen Teich zum Angeln. Den werden wir aber wahrscheinlich auch noch irgendwo anders setzen. Oder wir brechen ihn auf und fluten das hier alles. Also wir brauchen noch so einen kleinen See, aber wir wollen ja noch einen Fluss. Also ne, 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 äh, nein, nein. Es kommt in die Planung, du Idiot. Ja. So, dann... Schneidet das jetzt nicht extra um das Haus zu piepen. Ne, musst du nicht. So, dann hier halt der Auto oben. Scheiße, wo bin ich? Doch, ich werde da vielleicht schon ein bisschen was davor schneiden. So, hier haben wir halt unser, also so einen kleinen Park. Dann das YouTube-Haus, was auch nie wirklich weitergebaut wurde. Außer, dass wir jetzt hier an der Seite erst mal das YouTube-Logo und dann Nova Nova stehen haben. Ja. Oh, es hat auf kurz zu rechnen. Und es scheint so ein Ort. Alter, sieht das jetzt nicht so aus. Oh, geil. Und hier... Hier hin? Was? Hier sollte eigentlich ursprünglich die Rücklaufstrecke verlaufen. Dann hopp mal nur. Aber... Die wird das. Pläne. Hallo. Ja, ich umbeleitet. Was ist los? Ja, mit Plänen. Machen wir nachher. So, dann hier drüben die sogenannte Berliner Mauer. Weil, äh... Ey, was denn? Das ist doch schon... Hey, das ist doch schon existent. Das ist jetzt mit Play. Ja, ist okay. Drüben Berliner Mauer sollte eigentlich so ein Tutorial-Haus werden, aber... Tutorial-Festum der Leil. Ja, das... Das wird so... Zu heftig so einfach und... Ich baue das dann irgendwie um. Hier... Ja. Das hast du bestimmt noch gar nicht mitgekriegt, dass hier vorne ein Schild steht. Doch, das hab ich sogar in der Aufnahme schon gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig geschrieben ist. Egal. Wir sind keine deutschen Profis. So, das ist halt dann unser Bahnhof. Hier vorne entsteht dann... Der Spawn-Bereich. Wo ihr dann auf unserer Insel spawnt, wenn das irgendwann mal fertig ist. Alter, euch fragt, wie das hier gemacht wurde. Müsst du die Tür zumachen. Shift. Dann das Schild dran machen. Dann könnt ihr die Türen auf und zu machen, wie ihr rollt. Ja. Und hier wird das eben noch modernisieren. Genau. Und dann Dach kommt noch neues drauf wahrscheinlich... Oder verbessertes. Hier unten die ganzen Gleise werden noch verbessert. Ja. Ne, das bin ich ja gerade dabei. Ja. Sonst wie ich... Achja, ne. Das kommt ja auch noch in die Pläne. Ja. Dann... Dann hören, was ich... Aber hier drüben noch eine Baum-Farm. Die seit letzter Folge steht. Also angefangen, weil... Ihnen das zu sehr geleckt hat. Deswegen durfte ich dann nicht weiter machen. Ja. Ne, du machst dann doch irgendwas. Ja, ja. Ähm... Hier drüben ist... Also die Monster-Farm da oben, das wird der Shop. Und hier entsteht so ein kleiner Shop, wo man so wichtige Dinge kaufen kann. Jetzt wie Holz oder so. Damit man nicht immer erst da hoch muss, weil da ist dann extra... Ja, dann hier sollen halt drei Hochhäuser entstehen. Das wird der Bahn-Übergang. Alter, der Bahn-Übergang. Das ist Bahn-Steig. Bahn-Steig. Junge. Der Bahn-Steig. Hier entsteht... Hier entsteht noch ein Hochhaus. Also das wird hier so unser... Kann ich jetzt mal moderner Stadtviertel, wo mit Hochhäusern und so... Und das der Bahnhof dann nicht weiter gebaut wird, in ganz bestimmten Gruppen. Aber das wird dann auch in der Planung nachgesagt. Also guck, bis zum Ende. Ihr müsst es bis zum Ende gucken. Ja, und dann zu guter Letzt... Haben wir jetzt hier halt noch unseren Knast. Ja. Und das hier... Das ist der... Platz des... Keine Ahnung... Hier wird nichts drauf gebaut. Da geht bis da vorne hin. Ne, der wird noch... Aber... Plano. Halt. Hier halt unser Village. Spass. So schlau. Ey. Ja. Ich hoffe mal, du hast es da schon fertig gebaut. Ja, ja. Das hat nie wirklich funktioniert, wenn ich mich hier gesponsert. Da... Oh... Das ist lebensig. Oh... 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 Oh ne... Geh mal lieber weg. Äh, 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 äh... Ja, hier ist dann halt Station Villagerdorf. Oh, die sind schon... Die haben sich schon ausgezogen. Station Villagerdorf. Und... Ja... So... Wird auch noch... Modernisiert. Das komplette Schienensystem wird nochmal modernisiert. Ja, erstmal nochmal... Danke, muss ich jetzt nochmal sagen. Vor allen Dingen an Meister Yaku. Ja... Ja... Er könnte Vertrauenshandelspartner werden, aber bei dem haben wir ja die Insel verstanden. Ja... Und die war richtig schnelles. Ja... Und... An Teufelder. Mein Vertrauenszentrum. Ja... Weiß nicht, ob ich noch was sagen will. Bevor wir mit der Planung endlich anfangen. Naja... Eigentlich... Also... Ja gut, ich kann jetzt nochmal sagen. Ja, seit einem Jahr YouTube. Ja... Also... Jetzt zum Stand der Aufnahme. Das ist Montag. Ja... Äh... Sind wir bei 57 Abonnenten bei mir. Das ist gar richtig. Bei mir bei 37. Ja... Na und... Ja... Einfach mal Danke sagen. Dafür. úonto. Ja... Oder auch einfach nur damit fahren, um von A nach B zu kommen. Richtig, also für uns auch vorteilhaft, weil Laufen ist scheiße. Das ist die komplette Durchmodernisierung des kompletten Schienensystems, bevor das auch dann fertiggestellt wird. Richtig. Dann haben wir ja hier noch unsere Berliner Mauer, da kommt irgendwas rein, weiß ich halt noch nicht wirklich was. Aber das wird einfach abgerissen. Das wird einfach wieder abgerissen, dass wir da irgendwas anderes in bauen. Die Baumform werde ich jetzt noch fertigstellen, dann auf jeden Fall mehr Grün noch mit reinbringen. Ja. Also so Dekoartikel halt. Deko-Kraft Mod. Ja. Den Shop will ich auf jeden Fall noch bauen. Oder wir. Ich rede jetzt mal von wir. Wir müssen den Turm generell mal schöner machen. Ja. So einen umgekehrten Eiszapfen kommen wir jetzt raus machen. Welchen Turm jetzt eigentlich? Ja, der Shop. Der Shop rein sollen. Achso. Ja. Dann hier hinten halt unser modernes Stadtviertel. Wollen wir noch fertigstellen. Ja. Dann... ist... hier hinten auf der Freifelche, wo jetzt auch noch kein Slap sind. Sprich hier wollen wir so einen riesen Fluss von da hinten bis da hinten bauen. Also einmal quer über die ganze Insel, wollen wir noch so einen Fluss bauen. Das Lager, das wird noch gebaut. Dann mache ich vielleicht... ein Modul... in der Aufnahme. Und den Rest dann außerhalb der Aufnahme. Weil es wird dann ja nur das Salbe ermöglicht. Genau. Das Lager wird gebaut. Dann... wenn ihr uns in der Hinsicht helfen wollt, dann spendet uns Komparaturen. Okay. So. Genau. Also für jegliche Spenden ist es ja natürlich immer eine Spendenkiste. Können wir alles reinhauen. Was soll man nicht mehr braucht? Außer Müll. Du brauchst jetzt nicht die Kiste mit Müllfüll in den Müllen. Nicht. Oh mein Gott, diese Wortwitze. Und dann halt wirklich noch zur Deko, dass das wirklich eine richtig schöne Insel wird. Da ist die Bufi-Network gewesen. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt. Danke nochmal für das Jahr. Jetzt erstmal. Natürlich geht es weiter. Es ist jetzt hier nicht hier. Ja. Genau. Nein. So. Ich dachte. Ne, Spaß. Obwohl. Ja. Wie ihr vielleicht auch bei mir gemerkt habt. Ich habe nicht den Uploadplan von Tom angepasst. Richtig. Das könnte man jetzt auch noch sagen. Montag, Mittwoch, Freitag werden in Zukunft. Also jetzt. Ich spreche jetzt mal von mir. Von dir auch. Ja, bei uns beiden. Sofern wir weiter wissen. Ja. Nova Novus kommen. Dann bei mir. 15 Uhr. 15 Uhr immer. Dann bei mir wird es Samstags immer Livestream sein. Also immer so lange ich natürlich Zeit habe. Und ja. Livestream. Und dann eben Samstags. Samstags. Insoferstellungen. Ja. Auf Skycaf. Letzte Woche war bei Tom. Jetzt kommt die nächste Folge bei mir. Insoferstellungen. Wir wechseln uns da immer ab. Richtig. Der Server. Gefällt mir schon fast so gut wie Viagraft. Fast so gut. Ja obwohl eigentlich genauso gut. Weil durch die ganzen Befehle die es hier neu gibt und so. Ja. Also wirklich. Die Community. Ja. Die gefällt mir immer mehr. Wenn jetzt natürlich hier nicht irgendwelche. Wie soll ich sagen. Äh. Leute draußen. Die natürlich hier wieder. Durchdrehen wollen. Dann ist die Community schon richtig gut. Ist auch schön dann mit neuen Leuten eben kennenzulernen. Und dann mal zu reden. Und dann gibt es da noch so ein paar. Leute die einem besonders gut gefallen. Willst du jetzt auf irgendwas. Kamerate. Eigentlich nicht. Aber ich hab mir grad so gedacht. Ja. Es war nicht so gedacht. Falls du das jetzt meinst. Ja ja. Ich weinte eigentlich so jetzt. Ich weiß worauf du hinaus willst. Ich weinte eigentlich jetzt. Die Person mit dem er jetzt. Bisschen mehr schon gemacht hatte. Weißt du ja cool. Ja. Ja ja. War mir klar. Von Grundnerein. Also ich hab jetzt niemand anderen gesagt. Alles gut. Jetzt muss ich ein Theorie Video machen. Obwohl ich schon weiß worauf. Was du. Auch was du hinaus wolltest. Ja dann mach ein Theorie Video. Wenn es gibt Klicks. Und dann wirst du noch Famer. Genau. Gut. Bedank mich wirklich nochmal. Es war ein schönes Jahr. Ja. Es wird mir auch mal wieder gefallen. Ein paar. Leute von Diacraft wieder zu sehen. Ja also. Zum Beispiel Hyperion. Oder Pasi. Oder. Ja also wenn. Also wenn. Leute von Diacraft damals die Videos sehen. Also. Kommt einfach mal her. Ist wirklich gut. Oder selber. Genau. Ähm. Außerdem wenn ihr das seht. Dann. Ja. Ihr könnt auch mal wieder mit uns zocken. Ihr müsst. Nein. Mit Spaß. So also. Ja. Haben sie noch was zu sagen. Von meiner Seite wäre es das gewesen. Herr Bubinator. Das ist sehr gut. Ja. Gut. Dann. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr. Verfolgt uns auch das nächste Jahr. Weiterhin. Und was ich jetzt endlich mal in der Folge ansprechen will. Wir haben beide Instagram. Ihr könnt uns ja auch abonnieren. Stimmt abonniert uns mal auf Instagram. Dann sehen wir mal hier. Mein Name ist da der Bubinator. Dasselbe Kanal. Äh. Dasselbe Symbol wie auf meinem Kanal. Sein Name Tommo4n7. Da. Hab ich damit angefangen. Da auch weiter. Rein zu posten. Wann nächstes Video kommt. Oder eine Erinnerung. Und jetzt macht mir das der Typ hier auch noch ein Name. Ja. Ja. Dann. Also wirklich. Like. Abonniert. Bis zur nächsten Folge. Und morgen kommt eine Inselvorstellung. Also. Ja. Wer das Video sieht. Morgen kommt eine Inselvorstellung. Genau. Morgen kommt eine Inselvorstellung. Wir haben schon eine Idee von wem. Wir wissen noch nicht. Ob er es will. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Und guck's dann aus hin. Tschüss. Und guck's dann aus hin.